Hallo, hallo, hallo. Heute wieder ein neuer Sportblog. Joggen der Weiße nach dem Intro. Seht ihr mich? Natürlich komme ich wieder in meinen Wald zurück. Im Taunus. Schön über Nierenhausen. Es ist heute wieder ein bisschen regnerig und nicht so richtig trocken, aber es macht nichts. Es macht mir noch nichts aus. So ein Wetter kann mich noch nicht verarschen. Ich laufe heute, ich versuche eine Stunde und dann sehen wir mal, was passiert. Eine Stunde wäre gut. Ein bisschen mehr als sonst. Obwohl es hart wäre. Aber egal. Mach ich schon. Ich bin jetzt mittlerweile schon 30 Minuten unterwegs und bin mal eine andere Abzweigung gelaufen, als ich sonst immer laufe. Ich muss sagen, hier ist ein bisschen doof, weil hier kein so richtiger Weg ist. Guck mal. Alles nur so mit Blättern voll und Ästen und sowas. Da fährt niemand, da läuft niemand eigentlich. Es ist irgendwie schon ein Weg, aber nicht so richtig benutzt. Deswegen muss ich aufpassen, wo ich hintrete, wo ich hinlaufe. Mal gucken, wie weit der geht. Nicht so ohne hier joggen durch die Gegend zu laufen, nicht so unknickt oder so. Da muss ich aufpassen. Aber eine halbe Stunde habe ich schon. Dann mache ich die Stunde auch noch voll. Alles cool. So, ich gehe noch ein bisschen weiter. Matsch. Soeben habe ich den Matsch hinter mir gelassen. Das war eine Sauerei. Volles Gewurschteln. Aber jetzt bin ich wieder auf dem normalen Weg. Und habe noch so 20 Minuten ungefähr, die ich vor mir habe. Und dann habe ich es so langsam gepackt. Da hinten kommt noch eine Ansteigung. Dann melde ich mich noch mal kurz. Aber ansonsten habe ich dann fast die Stunde voll. Cool. Ist gut, wenn man es so fast geschafft hat. Wenn man es dann ganz geschafft hat, ist ein geiles Gefühl. Auf jeden Fall. Kann ich auch jedem empfehlen. Also. Macht auch mal Sport. Nicht nur zugucken. Sondern nachmachen. Ich bin jetzt bei dem Anstieg, von dem ich gesprochen habe. Es geht noch mal ein paar Minuten hier hoch. Und dann wieder runter. Und dann habe ich es gleich. Dann habe ich die Stunde voll. Das ist heute mein Ziel gewesen. Und das packe ich heute auch. Aber erstmal muss ich hier hochkommen. Das ist wichtig. Hier hoch. Jetzt sind sie. Total letzten Grade. Aber packe ich schön. Hört mich gleich. Wenn ich oben rumdrehe. So. Jetzt bin ich oben angekommen. Und drehe hier rum. Hinter mir. Ist die Oller Autobahn. Die A3. Scheiß egal. Die. Runterlaufe ich wieder. Durch die Unterführung. Jetzt muss ich gucken. Dass ich wieder langsam runterfahre. Runterlaufe. Wegen meinem Knie. Wegen meinem Knie. Das will ich schonen. Das ist immer so ein Thema mit meinem scheiß Knie. Bergab. Ist kacke. Bergauf geht. So. Bin ich in Unterführung. Deswegen halte es eventuell ein wenig. Aber gleich wenn ich unten bin. Bin ich auch bald bei meinem Auto. Ich habe es geschafft. Dann habe ich die Stunde voll. Bis gleich. Ja. Jetzt bin ich in meinem Auto angekommen. Nach einer Stunde. Sieht so aus. Ganz schön. Kaputti. So. Eine Stunde gelaufen. Alles geil. Jetzt geht es nach Hause und in die Eistonne. Also. Auch nachmachen. Sport machen. Wunder vom Sofa. Tut es. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Mal.